Hallo zusammen, da sind wir wieder. Jawohl, ich bin durchgelaufen. Ich habe also das, was da jetzt abgegangen ist. Ach du Scheiße, Freunde. Was ist denn das jetzt? Ich brauche drei Schläge. Okay, Freunde. Also, schluss ich mal jetzt erstmal in Ruhe abgucken. Einer ist gestorben, da ist er runtergesprungen mit mir. Das ist für mich das entforscht. Schleiche ich mich da mal hoch. Doch, bis ein Magier nehmen soll, ein Sorcery. Einer von denen zwei ist da hinten nachgesprungen, da ist sie. Das Exide Road Greatsward. Ein Edelst... Au! Scheiße, das weiß ich, was da abgeht. Du laufst einfach nicht mehr so durch. Du kannst einfach durch. Die haben alles vollgepackt hier. Mit kinder Geistern und da stehen sie. Ich weiß gar nicht, wo ich schieße soll jetzt. Da komme ich ja nicht mehr hoch. Warte mal. Das wird zwar nicht ohne sein hier, aber vielleicht können wir was einsammeln. Ich weiß nicht, ob das noch lustig ist. Oh, jetzt. Genau, genau das. Das noch hoch? Das noch hoch? Ich weiß nicht, ob das noch lustig ist. Ich weiß nicht, ob das noch lustig ist. Das ist was für die Ganshalle. Das ist doch immer schon so lang gewesen, so. Die Leiter. Die haben dahin nicht zu wichtig. Ich wollte mal ein geschnittenes Item und da habe ich jetzt wieder geschnitten mitgerechnet. Ich will es so gucken, dass du. Du scheiße. Woah! Ach du du, ich war auf keinen Faden. Woah. Piskis ist der. 120 Wie? Ich meine gerade, bei jedem Gegner mache ich nur 120 Shards Wow, und ein Schlag nebenher, weil ich die Drehung mache Wow Wow, 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 wow Ach du Scheiße, da kann ich mich nicht mehr rühren Probieren wir mal das noch einmal Aber ich habe ja auch das andere Schild Warte mal Das Ausdauerschild kriegt das grüne da Okay Probieren wir mal das Vielleicht hilft das was Was habe ich in der Verschönerringe Blut Gift Dann habe ich mal noch Kohl Ah, das ist was für Magier Erhöht das Glück Erhöht Aggression Fuß Fuß Naja Was machen wir denn die Weile da? Genau Genau Haha, wusch Okay Mit dem Fahrkorn steht er muss Gelände nutze Hopp Hopp Konnte ich nicht mal ausschleichen Mach ich gar kein Schade Wow Wow Beindruckt den gar nicht Ja Was ich da mache Ja Scheiße von mir Da komme ich nicht weiter so Da komme ich echt nicht weiter Da weiß ich ja nicht woran gar nicht was ich da draufstehen soll Gehen wir mal Daher Gucken wir mal ob der Bus wenn ich ins do ist Gucken wir mal ob der Bus wenn ich ins do ist Gucken wir mal ob der Bus wenn ich ins do ist Gucken wir mal ob der Bus wenn ich ins do ist Ach du Scheiße So was macht der jetzt wieder Ach ich will das gar nicht mehr Was wird denn der Eigenschaft Warte Sind wir da gerüstet gegen dem? Ne das ist noch mehr Ja probieren sie wohl Das ist auch schon Das ist so Oh Oh Ich guck mal was da liegt Ah Oh Da gehts gar nicht weiter Ist der jetzt? Ich muss ja mal sehen Ich kann sein dass ich nur safe bin aber das nützt mir ja nicht Oh 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 Ach du Scheiße ich mach den Schal Oh 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 Scheiße! Ah, fuck it. Oh, das wird auch nicht ohne, Freunde. Das wird auch nicht ohne, ja. Das wird auch nicht ohne, Freunde. Das Ding in meinem See, oder? Also, ich will nicht in den Fischer euch stehen, oder? Scheiße! Da war so anders, da, ja. Jetzt haben wir den IBI, hopp! Da ist er jetzt gleich gekommen. Tauch auf! Nein, da taucht er nicht auf. Oder? Da ist er wieder. Jetzt aber den IBI, hopp, komm! Hopp, komm doch mal! Mäht euch! So weit war ich vorhin, ja. So weit war ich, ja. Wie leid, hm? Der ist es, ne? Der ist dahin, ne? Oh! Scheiße, ja. Der schlägt da noch. Der schlägt da noch. Hallo zusammen. Das sind wir wieder. Jawohl. Diesmal gehen wir rein und nehmen uns Hilfe mit. Wir rufen uns den Guten mit dem Hammer. Ein Phantom. Ich hoffe, er kommt. Aegon! Aegon, komm mit! Ob Aegon, wenn man mich zu zweit packen hat denn? Aegon! Aegon! Hallo! Okay, er kommt. Oh, der hat aber kaum Lebensparker. Ja, Aegon! Was ist, ne? Oder war das jetzt? Neue Seele würde ich auch gerne äußern, oder? Ob Aegon macht was? Ja, Aegon! Du musst auch gucken, wo der... Du musst auch ein bisschen... Da ist er nicht mehr! Ach, Aegon! Hör doch auf! Ja, Aegon! Du musst auch gucken, wo der... Du musst auch ein bisschen... Ach, komm! Ach, komm! Ach, komm! Wow, hier wurde auch ein bisschen drauf gewesen, ja. Der Aegon, hör du Licht. Er hat Licht gemacht. Ich muss die Jobs machen! Vorsicht, Vorsicht! Jawohl, Aegon, hause weg! Habe ich denn jetzt nicht getroffen? Trink was! Egon, trink was! Egon, wir müssen vorsichtig sein! Oh, Aegon, was machst du schon? Ich wisch jetzt nur noch auf Egon loslaufe. Mein Gott, ja. Oh, der facken ab hier. Oh, Egon. Das war ja, gell? Oder? Guck, wir haben 100 Autos, die wir noch genießen, um uns platzumachen. Ach, komm, Alter, oh, nee, oder? Oh, nee, hier, Freunde. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Scheiße. Ach, den hab ich ganz vergitten wieder. Ach, den hab ich ganz vergitten wieder. Okay, Freunde, auf geht's. Auf ein neues Egon, komm her. Jetzt aber. Hopp, Egon. Loslaufe. Warte mal, der holt den Stab raus. Jawohl. Macht der überhaupt schade, dieser Egon? Ich hab 33.000 Sehle jetzt. Warte mal. Warte mal. Das reicht für ein Stufe hoch, Schi. Ach, ich kann das nicht durch. Seh jetzt. Ja, bist du nicht. Ich konnte doch raus mit dem Heimkack noch, oder? Was? Haben sie das jetzt getriggert, oder was? Wo? Was? 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 Egon, du stehst doch bloß im Nebel rum, Herr. Wow! Sieht ganz gut aus, Schammer. Was haben wir jetzt geschafft? nicht mehr viel wo ist das? wo ist das? scheiße, ja, Egon bringt der noch ach, Gott sei doch okay, Egon, dankeschön ja, es reicht, Egon, lass es geh nach Hause, mach's gut da gibt's nicht immer was gut, wir haben das leuchtfeuer da draußen nehmt mich überhaupt auf, ich will das gar nicht oh, du Scheiße, oh hopp, zwei äh, nee, oh Gott, ne, wie traurig geh wieder hoch äh, nee, Mensch, da hätten wir doch einmal zwei neu hauen können, ja geht's denn da, oh, also das ist mir noch okay bis jetzt sehe ich da keine Veränderungen jetzt ist nur die Frage, ob das Leuchtfeuer auf der anderen Seite da ist das ist blöd, das ist blöd jetzt okay, dann würde ich sagen, ich mach euch mal einen Cut geh mal ein Stückchen zurück macht's gut, bis denn nicht mehr genau